Ich bin schon auf dem Weg, ich bin bei C, habe ich gestartet. Du bist schon bei C? Jo. Ja, ich mach mich auf dem Weg zu dir. Ich komm. Ok, bin da. Warum lieg ich auf dem Boden? Du lagst ja gerade auf dem Boden. Man spawnt immer in der Position, wie der andere vorher war. Da links. Auf dem Feld. Ok, der ist tot. Da ist noch einer. Noch mehr. Auf den links, ne? Ja, auf dem Feld da, auf der Wiese. Hab den. Ich hab so viele Leute... Neben ist noch einer. Oh, ein Fett. Der hat mich. Der auf dem Feld? Ja. Den hol ich mir. Kannste nicht, der ist viel zu schnell. Der reitet einmal um das komplette Gebäude. Der kommt zurück, glaube ich. Oder der ist im Gebäude oder so. Keine Ahnung. Ja, ich hol mir den. Ich spawne zu dir. Wo sind wir denn hier? Ach, wir sind hier in den... Die Map ist richtig gut gewesen, gestern. Hier hat Spaß gemacht. Ich guck, wo der Affe ist hier mit dir. Der ganz hier... Seht Hammer aus, das Spiel. Kannst mir sagen, was du willst. Wo ist die denn mit dem Pferd hin? Ich hab keine Ahnung, wir sollten uns aber A und B holen gehen. Wow. Wow, 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 wow. Ich bin tot. Da ist er ja vor uns. Den für eine Waffe, ey. Okay. Komm zu mir, behal' dich. Wir haben den Weg. Wir verlieren Einsatzziel David. Zwei Sekunden. Bin da. Wo ist denn der hingelaufen? Eine gute Frage. Der war doch hier auf der... Anhöhe, ja. Der nimmt D. Der nimmt D gerade. Der ist hier irgendwo. Der nimmt D gerade, oder? Ja, ich bin hier gerade. Wo bist du denn? Ich bin auch hier. Bin da kurz außen rum gegangen. Bin da am Weg. Hab ich gehört, ey. Du hast ihn gemettert, ne? Nee, hab ich nicht. Wieso hat er geschrien? Aber richtig übel. Ich hab den erschossen. Guck mal, das ist ein Regenbogen. Ein Double Rainbow. Oh mein Gott. Double Rainbow. Oh, da ist ein Double Rainbow. Lass uns mal B holen. Ich hab' zu fucking kreien. Ein Double Rainbow. Ich geb' immer 110%. Ach, hier oben sind doch bestimmt wieder ein paar Sniper unterwegs. Von uns dann wahrscheinlich. Kann man das vorher immer? Nein, kann man nicht. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Ach, noch irgendwo einer. Das fährt! Schießt du auch nicht? Nee, ich schieß... Ah, nein! Der ist da drüber geschwungen. Laber nicht. Ja. Der ist doch vor dir irgendwo. Ich komm' ganz schnell wieder zu dir. Vier Sekunden. Bin da. Da kommt ein Typ, wo sich Bomber... Ja, da kommen welche. Und ein Panzer. Wo kommen welche? Hier um die Ecke. Genau da, wo du hinguckst. Oh, eine Granate! Das ist ein Panzer vor sich. Da ist doch irgendwo ein Typ. Der Panzer ist in unsere Richtung. Oh, shit! Ja, der schiebt dir hin. Vorsicht! Hast du irgendwas Panzerabwehrgranat-mäßiges? Ich hab was dabei. Aber der ist von uns, der Panzer, oder? Nee, der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Ah, jetzt kommen wir da rein. Boah, der zerballert ja alles, ja. Bin da drin, in dem Gang. Der muss in der Panzer hin. Die nehmen den Ballsaal hier. Da ist der Panzer. Ach, hinter mir. Oh, da steht einer, nach unten an der Treppe. Hab ich nicht gesehen. Der kommt die Treppe hoch. Zwei Stück, zwei Stück hinter. Weihlich. Ja, ich brauch ein bisschen länger diesmal. Sechs Stunden. Bis auf der Beschuss. Kann ich nicht zuhören. Oh, Sonate. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. ich bin da Vorsicht, die sind da. Einer ist da! Da ist noch einer. Boah, der ist in Flammen. Ja, ich hab's dir angezündet. Aber ich bin dabei gestorben. Aber das ist nicht schlimm. Ich bin hier auf dem Weg zu dir. Fünf Sekunden. Ich hab nur die Granate schmeißen können. Ich bin noch angezündet, ey. Das ist ein Flammenwerfertyp. Der stirbt einfach nicht. Hammer, was hat er für... Wie reagiert der? Ich hab den. Unglaublich. Oh, Panzer! Weg hier, weg hier, Panzer! Boah, nein, links ist noch einer. Hab den gemessert. Ne, der hat mich gemessert. Verdammt. Ich hab auf Messern gedrückt, der hat das irgendwie abgewertet und hat mich dann gemessert. Shit. Shit. Schnell bei D, schnell bei D, wenn's geht. Ich bin bei B gestartet, scheiße. Nein, ich kann bei D nicht, bei B. Ja, ich war bei dir. Ich konnte bei D auch nicht mehr starten. Ich komm rüber, zu D. Ja, ich bin hinter dir. Ach so. Ich konnte da nicht mehr starten, das ist gerade übernommen worden, der Punkt. Oh, hinter uns! Ich bin tot. Du weißt, wo der ist, ne? An dem Baum da. Ja. Genau da, der steht immer noch da. Der läuft ein Stück nach links, jetzt kommt er wieder auf deine Schussbahn. Der liegt auf dem Boden. Ich auch. Ich spawn zu dir. Er hat mich. Kann nicht wahr sein, der kommt auf mich zu. Jawoll, der ist tot. Ah. Tag, KT. Schon wieder hinter uns. Ich weiß. Ich kann nicht zu dir spawnen. Ich komm zu B. Okay. Den haben wir. Hinter mir bist du. Wo bist'n du? Ich auch zu dir. Sag mir einfach, wo du bist, dann komm ich in deine Richtung. Hinter dir. Ah, okay. Okay. Ich seh' ich jetzt damit. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Ich guck' außen, ob der da kommt. Nein, da seh' ich den nicht. Vorsicht, gefährlich. Siehst du den? Ne. Ich hier nicht. Hier ist ein Kollege von uns, der kann um die Ecke gehen. Der soll mal gucken. Noch einer. Da ist ein Panzer, pass auf. Ich geh' mal hier hoch. Okay, ich bin oben. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Wo war denn die Leiter? Oh, hier oben sind welche. Ich bin tot. Ich bin da. Wer kommt da oben? Wer ist an der Leiter? Ja. Ab den. Ich hab' ich gesehen. Wir haben Einsatzziel David erobert. Ich komm' als Sniper. Okay, ich bin da. Lange Option Key. Es funktioniert tatsächlich. Wie geil. Irgendwo schiebt doch hier einer. Ja, da unten drinnen sind die bei C, glaub ich. Warte mal. Wir müssen die von E abhalten, dass die hier nicht hochkommen. Wo ist denn E? Ach, da. Von D, E, überall da, von den Seiten da. Da ist ein Speer. Da ist ein Speer. Ich guck mal von der anderen Seite, von C aus. Bei D sind ganz viele gerade. Bei D? Richtung D. Wenn du Richtung D guckst. Und überall Leute in dem Büsch. Ich hab' leider keine Sniper. Ach so, okay. Ist klar. Komm, einer. Das ist ein Sniper, der hat mich. Shit. Ja, ich geh' mal zur Seite. Ich glaub' der kommt jetzt auf den Innenhof. Bei C da. Damit du hier spawnen kannst, weißt du? 5 Sekunden bin ich da. Soll der mal kommen, ich steh' hier um die Ecke. Bin da. Ja. Ne, der ist ja, der kommt von der anderen Seite jetzt praktisch. Von innen. Da unten ist einer. Da ist einer. Ach so den? Ne. Der ist unter uns. Ja. Was ein Problem ist, weil der hochkommen könnte. Wo ist denn die Luke? Dahinten, wo der Kollege von uns ist. Der liegt da auch schon, glaub ich. Geh' mal dahin. Noch mehr Sniper. Noch mehr Sniper. Ja, ich muss einmal sterben dafür, um Sniper zu nehmen. Boah. Hier oben ist einer. Wo? Abdeh'n. Okay. Toller Kollege. Ich glaub' das war der. Hab' noch einen, der kam hier hoch. Hab' auch einen. Bleibt hier an der Leiter mal ein bisschen liegen. Gute Idee. Ein anderer Typ macht dasselbe. Hab' wieder einen. Wo geht denn da was? Wo kommt die denn hoch? Und unten im Innenhof. Ja, an der Leiter. Im Innenhof. Richtung C jetzt. Soll' die mal hochkommen, ich bleib' hier liegen. Ja. Boah, was ist hier passiert? Was ist wieder eingekillt? Ne, warum? Ich glaub' den stand ja auch hier gerade. Okay, wir haben D. Wir haben Einsatzziel. Emil verloren. Panzer von denen. Zwei Stück laut. Die fahren in C rein. Hab' ich'n sonst noch dabei? Oh, ich hab' das dabei. Elfte geschafft, jawoll. Ich seh' hier keinen. Ah, hinten kommen die alle. Wo? Ich markier' die grad' hier alle. Soll' die mal hochkommen. Ich bleib' hier an der Leiter. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Und der Muni? Boah, sag Bescheid, komm' ich rüber. Ich muss mal eben gucken, wie ich wieder zu normalen Munition bestellen kann. Okay. Ich hab' so'ne... Oh, hinter mir! Hier. Hier oben ist einer. Ich bin tot. Der hat nicht. Ah, ich hab' den gesehen. Zwei Stück. Habt' er den? Es war alles angezündet. Ich bin da. Wir sterben gerade. Ich kriech' jetzt hier. Ja, ich bin... Die müssen mich nicht sehen, weißt du? Ja, ich bin bald. Nee, die haben mich um die Ecke gekommen. Wir machen eine bessere Position zum Schießen. Da ist ein Sniper. Der hat mich. Was macht ihr eigentlich? Boah, mich auch. Was ein Sack. Aber wo sind die denn hochgekommen? Das versteh' ich nicht. Die sind nicht hier oben, die sind unten. Bei B. Die haben Punkt B. Die snipen hoch. Ach so. Nee, aber die waren doch hier oben. Ja, keine Ahnung, wo die da oben waren. Wo kommen die denn hoch? Aber der einer von unten hat sich beim B. Keiner hat da hingekommen. Ich bin hier im Panzer. Boah, 5 zu 7. Voll schlecht. Ich muss hier raus auf dem Panzer, ey. Wir haben Einsatzziel David erobert. Wir haben Einsatzziel David erobert. Wir haben Einsatzziel David erobert. Ja. Alter, auf hier ist keiner oben. Ach, ich Idiot, ich bin ja grad gestorben. Da hätt' ich ja eigentlich auch links legen können, ne? Weil, der hat mich, der scheiß Pferd. Kannst du nichts machen, alter, mit dem Pferd. Läufst die ganze Zeit im Kreis, versuchst eine gute Waffe nachzuladen und der kriegt dich einfach, weil der 100 Stunden braucht, eine Waffe nachzuladen. Jetzt sind wir nach oben. Ja. Zum Kotzen. Hätte ich gar nicht einen Sniper nehmen können, so ein Kotz. Boah, der hat mich auseinander genommen. Was war das? Der Typ da unten, Alter. Wiederbelebt worden. Ich bin in den Tod gestürzt, verdammt. Ja egal, jetzt nehme ich Sniper. Hab den Typen, der hatte unten so ein Geschützteil. Ach so. Ich bin tot, hier oben ist einer. Ah, hab ich doch auch. Ach scheiße, jetzt war ich gerade wieder hier. Ihr schaut euch nie um, wenn ihr hier oben seid. Keiner von euch. Voll krass. Immer kommt irgendeiner von rechts, von links. Doch, mach ich die ganze Zeit. Immer wenn ich spawne, ist irgendeiner hinter mir. Voll nervig. Ich muss jetzt bei E spawnen, das kann nicht wahr sein, ey. Wir haben das Ziel David verloren. Ja, ich komm, ich komm als Sniper. Hab ich auch. Links ist einer von dir. Doch vor uns ist einer. Ja, genau. Boah, ich bin tot. Hab's gesehen, wo ist der? Wie hat er mich denn gekippt? Keine Ahnung, seh ich nicht. Der ist hinter dem Berg weg. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Wir haben wieder zu. Wir haben wieder zu. Ich hab nicht mehr viel Energie. Ah, geil. Ich bin bei dir. Ja, ich bin tot. Kann man. Links, links kommt einer. Ab den. Pferd. Versuch mal zu C zu kommen, ne? Pferd vor uns. wo ist der sack ein paar mal getroffen aber der stirbt einfach nicht jawohl wer haben denn mein gott ich hab den dreimal mit der sniper getroffen unfassbar wie lange der überleben kann da links an dem panzer da hat er einen markiert ja genau den haben wir auch in der mauer im nachladen ah ja da ist noch einer okay lebt er noch weiß ich nicht dass der hilfe zählt als kill oder sowas nö wird er noch leben wahrscheinlich ich geh jetzt dahin der ist tot achte auf die mauern oben wo wir drauf lagen ich geh mal hier außen rum an dem gebäude ok was geht denn da ist jetzt nix aber vielleicht komm ich da irgendwo hin ok wer hinter dir ja vielleicht können wir da irgendwas weiß ich hab ich ja da haben wir hier irgendwo eine gute position hier läuft man irgendwie nie rum ne deswegen vielleicht können wir von hier irgendwo gut irgendwo einsehen ohja ich lege mich einfach mal ich gehe ein bisschen abseits von dir ja ist besser dann müssen wir mit der guckmann zu spide ich oh bin hier in der burg schon bin ich nicht reingegangen ich bin einfach draußen geblieben erstmal wir haben einsatz ziel werter erobert guter arbeit ich nehm was c ein hm ok b sieht ganz gut aus ich komm ich wechse mal zur handgun ich weiß nicht wie gut ich mit der sniper aus der hüfte schießen kann oh oh panzer der schießt hier rein ich bleib draußen bin tot von garth ich hab einen mit der granate warte ich bin zu dir am spawn ja weil ich bin da direkt da rechts an die ecke habe ich einen erlegt mit einer granate der hat auf irgendjemand geschossen kann sein dass er noch mehr wird ich habe nur eine pistole ich bin nicht sogar im nahe kam ja da ist einer der hat mich fast der hat mich versucht er wegzusnipen aber ich wurde gemäckert ja ich hab's gesehen in meiner killcam gerade kann nicht wahr sein alter ich würde jetzt gern mal wissen wie ich das machen mit der ja weil ich kann dieses wurzige gewehr nur kaufen wo ist denn das dann ist es doch nicht einfach irgendwie es ist einfach nur hier drin verfügbar dass du es kaufen kannst das bedeutet das dann ja aber das ist nicht die version soweit ich weiß ich habe das mal gekauft ich wusste das mal aus optik ah und da kannst du das dann machen königlich ok ich habe es verstanden ich habe mir jetzt ein bayonet an mein gewehr gemacht ok ich habe es jetzt verstanden das ist ein skin aber du musst die waffe also die grundwaffe für die du den skin freigestellt hast trotzdem noch kaufen ach so boah wo werde ich denn besnipet ich bin doch gerade erst krass von c glaube ich ab dann das russische gewehr ist super das habe ich auch hat zwar nur 5 schuss ah da ist einer maaa da kommen 2-3 stück am zug hin oh shit ok ich ich gehe zurück ich lasse mich zurück fahren hinter das haus maaa war das nervig ey weil der sniper kann es nicht so schnell reagieren weil du musst mit der sniper zu pass auf die versuchen jetzt eh zu nehmen hundertprozentig kann ich hier nicht aufs haus irgendwie drauf kann man hier nicht irgendwo hoch in dem haus einen habe ich der war weiter hinten ich komme hier nicht oben aufs dach von dem haus ey gibt es keinen zugang ne ne wo sind die beiden typen denn ich sehe nämlich keinen wir haben einsatz für ich gehe jetzt gerade mal gucken wir wollen gerade einen schuss dafür geben die handgun weißt du ja die handgun da kommt ein pferd macht den markiert ich sehe es wer hat mich ich habe keine ahnung wie er das gemacht hat der ist ja im haus drin bist du tot? ne ich leb noch aber ich hab Angst auf mich wurde auch geschossen von jemand anderem pass auf du rennst jetzt auf der map noch nicht da ist noch jemand anderes weiß ich nicht der typ ist im haus drin hier direkt das linke haus da ist er ja dann warte hast du den? wo ist der? ist der im haus reingang? ne ja da ist noch jemand anders der auf uns snipet aber wo? da ganz hinten an der mauer ganz hinten mauer rechts geradeaus praktisch von dir siehst du den? ja ne der ist jetzt hinter die mauer gegangen der ist weggegangen was ist mit dem typen der im haus drin war? der ist immer noch im haus ok ich flankiere ich gehe ein bisschen weiter links ah warte 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 mal da hinten ist doch Versorgungsflug wie das ich bin ein bisschen weiter links ich sehe hier keinen der ist im haus ich hab den gesehen ich sehe den der ist im hauseingang ich hab den getroffen der ist immer noch nicht tot das kann nicht wahr sein alter wir verlieren Einsatzziel Emil der kommt auf deine seite raus glaube ich oder auf der rückseite kommt der raus der schießt auf mich aus dem fenster ach klar der hat mich das kann nicht wahr sein ich hab mit der sniper auf den geschossen ein paar mal ein paar mal nervig komm zu dir ich bin da da ist ein typ von uns ne? ich weiß der hat den kann ich korrekt ne unser typ ist tot der ist nicht mehr auf der karte ach so wir haben Einsatzziel Emil verloren der Fall kontrolliert das Ziel nicht aufgehen Jungs gib mir Deckung bin dabei wir haben Einsatzziel David verloren da ist er, der ist in der Eingangstür hab den getroffen der hat sich geheilt am Fenster ist der geht zur Eingangstür der ist am Fenster Eingangstür irgendwo dazwischen Eingangstür ich hab den gemessert aber der hat mich ja auch ich hab's gesehen ich hab den gekillt du hast mit dem gemessert und ich hab den dann in den Schädel geschossen während er dich versucht hat zu messern ja musste sein musste einmal so nen scheiß machen ja 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 das hätte das lieber das was in unserer Hand liegt als in der anderen weißt du auf mich wird gesniped aber von wo? kann ich nicht sagen da rechte Seite ich hab den ja ich wollte gerade ich weiß aber nicht ob der das war da kommt noch einer hinter dem Zug ist der da hab ich gesehen wir haben aber auch Soldaten hier was Gutes abgehen am Zug ist einer im Zug ist einer im Zug hinter dem Zug jetzt er hat mich kann nicht wahr sein alter ich muss ein anderes Ding nehmen ich bin ich Sniper Scheiße ich nack dich Sniper aber du musst schnell sein oh shit hier sind mehrere sind umgeben von Feinden in dem Haus ist wieder einer drinnen ich bin Versorger ich bin jetzt da ich hab einen gemessert im Haus ich hatte Munition sauber hier ist noch einer der hat mich nicht ich bin wieder verliebt worden und die haben den gemessert die holen dich wieder glaube ich ja hab den gemessert geil hier ist ein Typ mit nem Pferd der steht hier jawohl wir haben gewonnen was war das denn grad von der scheiße Hammer hin und her messern krass ey war aber trotzdem scheiße irgendwie die Runde Eingewinnungsrunde war ok soweit haben wir gestern auch ein bisschen was für gebraucht oder? dann musst du erstmal wieder klarkommen was spielen ja Highlights ja bin ich sowieso nicht bei Trupp was haben wir denn da? Truppenunterstützer wir sind beide dabei persönlich 10 jetzt 10 kills mit dem gewehr ok Punktestand ja bin ich auch am gucken 16 zu 11 boah wie weit unten bin ich dann du kannst mit dem Rechner analog nach unten scrollen